Hallo und Herzlich Willkommen. Diesmal geht's auf den Friedhof. Soll ich den Friedhof. So, da sind noch zwei und hinter mir ist einer. Wo ist er? Zwischen den Häusern. Ah! So. Ja, ja, ja. Wow. Wow. So, jetzt weiter. So, wir schauen. So, da ist doch noch ein zweiter. So. So. So, wir brauchen... Das ist alles. Ja, das ist okay. Ähm. So. Schon wieder. Jawoll. Ja, du greist mich nicht mehr ein. Ja, das tat wenigstens nicht sehr weh. Okay. Oh ja, aber nicht lang. Ich bleder. So. 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 Schöner Durchschuss. Ja? Okay. Ja, du bist mir aber genau vor die Flinte gelaufen. So. Also. Durch dieses Gewehr sehe ich nichts. So, MP-Munition? Sonst nichts. Okay. Welche Durchbrüche? Welche Durchbrüche? Ich will dich mal. So. Diese verdammten Lautsprecher. So. So. Besser. So. Alles mitnehmen, ne? Gott sei Dank ist endlich dieser Lärm aus. So. Das hier wird sehr netzlich sein. Ja, das denke ich auch. Ein schöner Markt. Wir stellen uns hier in die Ecke. Und überprüfen einmal. Markt. Wo wir jetzt sind. Friedhofuntersuchung. Was sind das für Leute? Infanterie. Am Ende des Markerplatzes. Vor der Kirche. Sehr gut. Die Kirche. So. Was ist das? Ach, dieser Lautsprecher. Okay. Zwei sehe ich. Und einer muss dort noch sein. So. Eine Stolpermine. Sehr schön. Was finden wir? Gewehrmunition. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ja, Gewehrmunition ist genau das, was wir eigentlich brauchen. So. Leiche durchsuchen. Das mit ihnen. Auf den soll ich sie nicht schießen. Ist in Ordnung. So. So. Und da unten. Haben wir noch einen. Meiner Freunde stehen. Ein großartiger Schuss. So. Schuss gehört. Aber nur von den Partisanen. Da bin ich aber froh. Ja. So Buben. Wie sieht's aus, Jungs? Naja. Falls das eine Falle ist, wirst du auch gleich markiert. Teobaldo Ravelli. Ravelli. Partisanen-Soldat aus Volturina. Okay. So. Ab in die Kirche. Gleiche durchsuchen. In der Kirche erschießt man doch niemanden. So. Und da steht auch noch wer. Hallo. Sicherheitshalber. Einfach alle markieren. So. Da kommen wir nicht zum Friedhof. Das heißt. Wir schauen uns den Friedhof. Ja. Wir schauen uns den Friedhof von der Seite an. Friedhof. Der Friedhof. Ja. So. Eine schöne Blume. Noch mehr Blümchen. Ja. Der ideale Ort, um Sophias Geschenk auszuprobieren. Achso. Äh. Einen Timer hinzufügen. Ja. So lande ich mit Sicherheit in der Hölle. Ja. So. Da hat jemand Beziehungen nach ganz unten. Mhm. Ein Sammelobjekt. Hier haben wir noch Sachen. Ja. Genau. So. Friedhof durchsucht. Ausgezeichnet. So Jungs. Ich hab den Friedhof durchsucht. Da auf dem Berg ist Sophia. Dort könnte ich auch noch hin. Was ist hier? Den Funker. So. Aber das ist etwas, was wir ganz sicher beim nächsten Mal machen. Ich danke euch vielmals fürs dabei sein. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.